Ein Sachse baut die schnellsten Eisrinnen der Welt. Hättet ihr das gewusst? Wahrscheinlich nicht, oder? Und wahrscheinlich hättet ihr auch nicht gewusst, dass in Oberhof der Wintersporttourismus, wie wir ihn heute kennen, quasi erfunden wurde. Aber genau so ist es und die Geschichten dahinter, die gibt's jetzt. Die Zahlen allein sind schon beeindruckend. Weltweit gibt es 17 aktive Bob- und Rodelbahnen. Acht davon hat Udo Gurgel aus Leipzig geplant und gebaut. Angefangen hat alles in Oberhof. Ende der 60er Jahre beginnen die Planungen für eine neue Bob- und Rodelbahn und Gurgel ist dabei. Allerdings gibt es ein Problem. Vergleichbare Bahnen gibt es nur im kapitalistischen Ausland. Eine No-Go-Area für die Ingenieure aus der DDR. Deshalb mussten sie die Technik praktisch neu erfinden. Mehr noch, sie haben die erste vollständig am Computer berechnete Kunsteisbahn der Welt geschaffen. Dann geht es Schlag auf Schlag. Altenberg, immer noch eine der schwierigsten Bahnen der Welt. Eiskanäle für die Olympischen Spiele in Calgary und Lillama. Kein Wunder, schließlich gehören die Bahnplaner Made in GDR inzwischen zur Weltspitze. Nach der Wende gründet Gurgel ein Ingenieurbüro in Leipzig. Klar, um weitere Bob- und Rodelbahnen zu entwerfen. Sein jüngstes Projekt, die Eisrinne für die Olympischen Spiele in Sochi. Erste Touristen bringt 1885 die neu eröffnete Eisenbahnlinie nach Oberhof. Wegen des rauen Klimas trauen sich die Gäste allerdings nur in den Sommermonaten herauf. Um die Geschäfte auch im Winter am Laufen zu halten, gründet 1905 der Oberhofer Badearzt Kurt Weidhaas den Thüringer Wintersportverband. Am selben Nachmittag gibt es die ersten Wettkämpfe, die Weidhaas natürlich gewinnt. So die Legende. Immerhin, nach der Gründung des Wintersportverbandes steigen die Besucherzahlen massiv. Und Oberhof ist der Mittelpunkt des Wintersports. Lange vor Garmisch-Partenkirchen oder Sölden. Falco, bekannt für Hits wie Genie, Der Kommissar oder Rock Me Amadeus, heißt mit bürgerlichem Namen Johann Hölzel. Seinen Künstlernamen hat er von einem Skispringer aus der DDR. Falco Weiß flog aus Pleißer in Sachsen, der in den 70ern für seine legendären Sprünge bekannt war. Was der Sänger Falco nicht ahnt, die Namenswahl hatte für den Skispringer durchaus unangenehme Folgen. Die Stasi verdächtigte ihn, Geld von dem Sänger bekommen zu haben.